Heute bin ich mal ein bisschen tiefer angelangt. Große Grube für was wird eingebaut? Natürlich ein schöner 4x4 Prüfstand. Wird die Tage jetzt hier eingeschalt, Beton gegossen und dann kommt das gute Stück rein. Und dann würde ich sagen, lasst euch mal überraschen. Dann sind hier keine Grenzen mehr gesetzt, was Messungen etc. betrifft. Und wie ihr seht, das Loch ist da. Prüfstand ist hinter uns. Den sehen wir gerade noch nicht, aber den blenden wir später mal ein. Und dann geht's los, Freunde. Dann könnt ihr kommen mit eurem Allradar. Leistung unbegrenzt bei Chip Tuning for you. Ciao, ciao. 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 Ciao.